Hallo und herzlich willkommen zurück zu Impossible Creature Eines der Spieler Die Kreaturen werden angegriffen Ja wir sind Mission 14 momentan noch Ähm Ich probier grad hier meinen Giant Fly aus Hab ja gesagt wir fangen wieder dort an Jetzt hat der Gegner auf Stufe 5 erreicht Mal schauen Die Kreaturen werden angegriffen Macht doch mächtig Damage die Leute hier Aber ich hab auch mir gedacht Gehilfen werden angegriffen Sie zerstören unsere Gebäude Was? In Ordnung Und jetzt? An die Arbeit Die Kreaturen werden angegriffen Ja Muss man wissen Die Kreaturen werden angegriffen Gehen wir hier voran Leute Und greift mal hier an Die Kreaturen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Schaden sich selber K.O. Und zweitens mal Rex Chance zu ihren Diensten Okay Die Kreaturen werden angegriffen Fertig Meine kleinen Kreaturen Meine kleinen Kreaturen Meine kleinen Kreaturen Verschwinden sich selber Ich bin bereit So Okay Dann gehen wir einfach mal alle zusammen Das hat Hand und Fuß Die Kreaturen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Stimmt Habe ich hier noch nicht gebaut Fertig Die kommen hier relativ gut voran Denke ich zumindest Und jetzt? Die heilen sich auch ganz gut Rex Chance zu ihren Diensten Rex wird angegriffen An die Arbeit Und jetzt? Das hat Hand und Fuß Die Kreaturen werden angegriffen Geht lieber hierher Geht lieber hierher Sie sollten Fertig mit entwickeln Lauf, 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 lauf Das neue Gebäude steht Die Kreaturen werden angegriffen Wie gesagt Sie erst mal Verlichten sich selber Und zweitens mal Seitdem im Nahkampf einfängt Einfach wesentlich stärker Rex Chance zu ihren Diensten Die Kreaturen werden angegriffen Ich bin bereit Und jetzt? Ja, einer ist schon gestorben Ich bin bereit Und jetzt? An die Arbeit Rex wird angegriffen Mal hier Die Kreaturen werden angegriffen Verrangen doch mal Oha Die Kreaturen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Das hat Hand und Fuß Giant Crab Tier auswählen Machen sie so Really Giant Crab Nein, wir bräuchten schon Die Kreaturen werden angegriffen Weiß nicht, so kann er Flugeilheiten treffen Jetzt hat er Probleme gegen Flugeilheiten Wiederum Ja, speichern wir ab Wir haben hier noch unseren Tiger Strich mit Schildkreuz zusammen Marine Sprinter Mk3 Und jetzt? Können wir auch ordentlich Schaden machen? Ich bin dafür gedacht Gegen solche Einheiten Die Kreaturen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten Und jetzt? Die Kreaturen werden angegriffen An die Arbeit Fertig Wird sofort erledigt Und jetzt? Kein Problem Die Kreaturen werden angegriffen So Dann machen wir noch ein paar Really Giant Crab Rex Chance zu ihren Diensten An die Arbeit Kein Problem Ich bin bereit An die Arbeit Der ist mal hier angreifen Das hat Hand und Fuß Wachsen sie ja nicht im Angriff Wird sofort erledigt Okay Vernichten hier mal an der Stelle Oha, die sind wirklich gigantisch Dann werden wir gleich mal hier Geschwindigkeit von den Unser Stützpunkt wird angegriffen Äh Wo sind sie denn hier? Geschwindigkeit Die Kreaturen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten Kein Problem Müssen wir aufpassen Falls der sich verwandelt Sie zerstören unsere Gebäude Die Kreaturen werden angegriffen Ja Ich bin bereit Wird sofort erledigt Fertig mit entwickeln Okay Das hat Hand und Fuß Rex wird angegriffen Äh Eines von diesen Dingen Verfolgt mich Unser Stützpunkt wird angegriffen So wie ich es mir gedacht hab Hallo Dann wird erstmal hier im Defensiven angegriffen Das ist nicht so schlimm Die Kreaturen werden angegriffen Sie zerstören unsere Gebäude Da sieht man auch nochmal den großen Unterschied zwischen den beiden Boss Auf diesem Kohlehaufen gibt es keine Kohle mehr Die Kreaturen werden angegriffen So Unser Stützpunkt wird angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten Ich bin bereit Der gehört nicht mehr zu uns Los kommt mit hierher Das ist ein bisschen mehr Die Kreaturen werden angegriffen Von was? Oh Gott Schatten die? Gehilfen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten Sie zerstören unsere Gebäude Komm mit Komm her du Verdammt Komm Gut dann greifst sie alle hier an Die Kreaturen werden angegriffen Ach man Unser Stützpunkt wird angegriffen Das ist auch noch Eines von diesen Dingen Verfolgt mich Ich bin bereit Wird sofort erledigt An die Arbeit Rex wird angegriffen Wird sofort erledigt Das ist auch noch Die Kreaturen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten Wird sofort erledigt Ich bin bereit und jetzt kommt schon schneller okay sie zerstören unsere Gebäude Was ist denn los? Schon wieder einer? Auf den Ihr kommt alle mit Ich bin bereit Die Kreaturen werden angegriffen Das hat Hand und Fuß Also, doch ein bisschen anstrengend hier Gerade wenn die Alleinheiten alle so langsam sind Fertig, wird sofort erledigt Ich muss mal die noch ein bisschen verbessern Ein bisschen mehr weiter Verteidigung, obwohl die schon zu viel haben Und jetzt? Die Kreaturen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten An die Arbeit Okay Die bauen, glaube ich, nicht mehr die Arbeit Das ist schon mal von Vorteil Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen Hier, ihr könnt hier Hallo Sie sind der Boss Und dann bauen wir noch mal extra Lebenspunkte für die Und jetzt? Das hat Hand und Fuß Ah doch, bauen noch Affen Die Kreaturen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten An die Arbeit Die Kreaturen werden angegriffen Und jetzt? Okay Fertig mit Entwickeln Wie soll man denn hier vorankommen, bitte schön Die Kreaturen werden angegriffen Fertig Das hat Hand und Fuß Wie hier hier rumlaufen Die Kreaturen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Ja, die wollen natürlich mit ihrem Scheren Rex Chance zu ihren Diensten Die Kreaturen werden angegriffen Ich bin bereit Ja, da werden die Kreaturen halt angegriffen Okay Wird sofort erledigt Rex wird angegriffen Ja, jetzt wird Fertig angegriffen Ja, jetzt wird Fertig angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Rex wird angegriffen Wo sollt ihr denn hin? Hier? Ich bin bereit Kein Problem Das hat ein paar Schallwellen sollen sich nicht ausmachen Die Kreaturen werden angegriffen Rex wird angegriffen Wird sofort erledigt Okay Die Kreaturen werden angegriffen Kein Problem So Die Kreaturen werden angegriffen Jetzt baue ich mal Hier ein paar neue Einheiten Du kannst meinetwegen auch hierher kommen Die Kreaturen werden angegriffen Greif hier an Und jetzt? Die Kreaturen werden angegriffen Einmal mit ordentlichen Leuten zusammenarbeiten Das wär was Gut, damit hätten wir wenigstens die Basis in eigenermaßen zerstört Die Kreaturen werden angegriffen Ach, hier haben wir ein paar Schallkanonen Das sieht man da unten auch Die Kreaturen werden angegriffen Gucken wir mal, ob ich hier rumkomme Die Kreaturen werden angegriffen Nein, nein, komm zurück Halt euch erstmal Halt euch erstmal Das bringt hier nichts, wenn ihr Die Kreaturen werden angegriffen Und wir euch dauernd selber verletzt Ja, mein Weg hat noch den Turm an Die Kreaturen werden angegriffen So, hier ist auch fast keine Kohle mehr Unser Stützpunkt wird angegriffen Gehilfen werden angegriffen So Die Kreaturen werden angegriffen Kommen wir natürlich übers Wasser, oder? Oh, Heiliger Eines von diesen Dingen verfolgt mich Die Kreaturen werden angegriffen Sie zerstören unsere Gebäude Oh Gott, es sind so viele Die Hilfen werden angegriffen Die Kreaturen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten Hier rein mit dir Poison Oh Gott, da sind noch mehr von den Viechern Die Kreaturen werden angegriffen Hier, guckt auch mit Das müssen wir ja machen Unser Stützpunkt wird angegriffen Ich glaube nicht, dass ich lügen bei einer Die Kreaturen werden angegriffen Ähm, ja, ich sag mal so Ich werde jetzt immer schnell anledigen Rex wird angegriffen Rex wird angegriffen Ich bin bereit An die Arbeit Rex wird angegriffen Das hat Hand und Fuß Die Kreaturen werden angegriffen Rex Chance zu ihren Diensten Kein Problem Rex fast K.O. An die Arbeit Das hat Hand und Fuß An die Arbeit Rex wird angegriffen Das hat Hand und Fuß Super Die Kreaturen werden angegriffen Rex, ich hoffe mal diese noch einzuholen Komm ein bisschen mehr heran Weißt du auch die Schere an Hast du mehr Schaden Ich bin bereit Die Kreaturen werden angegriffen Zack Hast du ihn besiegt Oder nee Okay Ich mach für heute Schluss Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Euch dann noch einen schönen Tag Tschau Tschau tm Set